Mein Name ist Klaus Mintrup, er sitzt für die Berliner SPD im Bundestag. Schönen guten Abend. Guten Abend. Das ist eine riesige Heimniskrämerei, hat man den Eindruck. Was wissen Sie denn? Ich war schon vor zwei Jahren mit dem Umweltausschuss des Deutschen Bundestages in Washington. Und wir haben dort sehr viele Gespräche geführt, sowohl mit Kritikern als auch mit Befürwortern des Freihandelsabkommens. Und ich bin auch regelmäßig in Brüssel gewesen. Und das, was jetzt veröffentlicht worden ist, überrascht mich nicht. Das ist das, was ich über die Hintergrundgespräche auch erfahren habe. Es ist ja klar, dass man solche Verhandlungen nicht in der Öffentlichkeit führen kann. Das wird ja immer so ein bisschen hinter geschlossenen Türen gemacht. Aber diese Heimniskrämerei, dieses Theater ist doch wirklich außergewöhnlich. Warum muss das so sein? Das kann ich mir auch nicht erklären. Wobei, wenn man sich die Dokumente heute anguckt, dann sieht man, dass man eigentlich gar keine Fortschritte gemacht hat. Die Europäer haben ja gesagt, für uns ist das Vorsorgeprinzip unverhandelbar. Und die Amerikaner bestreiten das immer noch. Die Europäer haben gesagt, wir wollen weg von den privaten Schiedsgerichten. Die sind immer noch drin. Und insofern sehe ich, dass es ganz klar die amerikanischen Interessen gibt, hier eine schiefe Ebene zu organisieren, wo man dann irgendwann nicht mehr rauskommt. Also von daher muss man sich jetzt sehr genau überlegen, was man macht. Ich bin dafür, dass man hier einen klaren Schnitt zieht und die Verhandlungen abbricht. Also es ist so, ja. Wir haben es ja heute auch gelesen in diesen Papieren, dass zum Beispiel die EU bei Kosmetik 1328 Chemikalien verbietet und die nur 12. Oder 11 oder 12. Ich habe dir BUND 11 geschrieben. Das war auch die Zahl. Also die EU da eher vorbeugend handelt, aus Angst vor Schäden und die USA sagt, okay, wir reagieren erst, wenn es Schäden gibt? Genau, wenn sie auch nachweisbar sind. Das ist aber eine Frage, was kann man überhaupt, die sprechen von Evidence-based, aber was kann man am Ende nachweisen? Und wir haben das Vorsorgeprinzip, wir haben auch andere Chemikalienkataster in der EU und sind dort weit vor den Amerikanern. Es sieht in der Medizin ein bisschen anders aus, da haben wir ungefähr selbe Standards, aber im Bereich des Umweltschutzes haben wir eben eine ganz andere Vorgehensweise. Und das Erschreckende ist, dass das, was wir vor zwei Jahren in den USA diskutiert haben, jetzt Wirklichkeit wird. Weil damals haben uns die Umweltverbände gesagt, es wird dasselbe passieren wie bei den amerikanisch-kanadisch-mexikanischen Freihungsabkommen NAFTA. Es werden die Standards abgesenkt, es wird Einfallstore für die großen Konzerne geben und der Mittelstand und der Umweltschutz wird leiden. Und das scheint jetzt so zu sein, dass die Amerikaner in dieser Härte so weiter verhandeln und überhaupt nicht darauf reagieren, was die Europäer und das Europäische Parlament und auch der Deutsche Bundestag sagt. Und das kann man einfach so nicht akzeptieren. Es kommt für uns alle ja so vor, als wenn es das nicht wirklich was angeht. Das ist so weit weg, USA, Europäische Kommission, Brüssel. Aber was wird das denn wirklich für die Berliner und Brandenburger bedeuten? Wird es auch Vorteile bringen für die Brandenburger Landwirtschaft, für Zulieferer, für Genehmigungsverfahren von Triebwerken oder anderer Technik? Das könnte es geben. Es könnte aber auch heftige Nachteile geben. Also wenn zum Beispiel darüber diskutiert wird, die Importzölle für Himbeeren ernsthaft zu reduzieren, Himbeeren aus den USA, frage ich mich, was macht das für Sinn, wo wir heutzutage wissen, wir müssen das Klima schützen. Wir haben das Pariser Abkommen und da macht es wenig Sinn, Himbeeren aus den USA hier nach Berlin zu importieren, die man auch aus Brandenburg bekommen könnte. Im Bereich der Medizin habe ich das bereits gesagt, da gibt es ähnlich hohe Standards in den USA wie bei uns. Da könnte man doppelte Zulassungsverfahren vereinfachen. Es gibt auch in dem Maschinenbau, in dem Automobilbau doppelte Prüfverfahren, da könnte man auch vereinbaren. Aber wie man gehört hat, ist es so, dass die USA sagen, sie kommen uns da nur entgegen, wenn wir ihnen auch entgegenkommen, bei denen wir uns nicht bewegen können, nämlich bei den Schiedsgerichten und bei den Themen Landwirtschaft, Hormonfleisch und gentechnisch manipulierte Organismen. Wir sollen also im Grunde genommen hier massiv unter Druck gesetzt werden und das können wir als Europäer nicht mitmachen. Es wird ja schon seit drei Jahren verhandelt. Jetzt heißt es, man muss das Ding schnell zukriegen, wer weiß, welcher neue US-Präsident mal ins Weiße Haus einzieht. Wie wird es jetzt weitergehen? Wie schnell wird es wirklich unter Dach und Fach kommen? Also wie gesagt, ich bin dafür, dass wir an dieser Stelle sagen, wir steigen aus. Besser sozusagen ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wie realistisch ist das? Ich halte das für sehr realistisch, weil auch in den USA gibt es, zumindest bei den Demokraten, sind beide Präzidentschaftskandidaten gegen ein solches Abkommen. Bei den Republikanern aus anderen Gründen gibt es auch große Widerstände. Es gibt bei den Umweltschutzorganisationen in den USA großen Widerstand. Also man soll nicht so glauben, dass die USA da voll hinterstehen. Die Obama-Administration ist ja auch nicht ganz, repräsentiert nicht das ganze Volk in den USA. Okay, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und Ihre Informationen. Vielen Dankeschön.